Let's Puzzle Lufia Let's Puzzle Lufia Ich muss die da irgendwie rausbekommen Die Orangenen Also ich könnte die Roten da unten wegmachen Aber dann habe ich ja Noch zwei übrig Und es würde dann auch nicht funktionieren Ja, ich muss nochmal neu machen Wir hatten das der andere Typ in dem Video gemacht Hmm Also die Orangenen sollte ich eigentlich alle auf einen Streich Oder die sollte ich halt zuerst wegmachen Dann die Lilanen Und dann die Roten Also darf ich es mir jetzt nicht verbocken mit den Orangenen Aber wie gehe ich das am besten heran? Ich muss den da irgendwie wegkriegen Also wenn ich den jetzt wieder hier hin mache Dann habe ich ja wieder dasselbe Problem wie vorher Also werde ich das jetzt mal So machen Moment mal Kann ich die nicht auch auf einen Streich wegschießen? Geht das? Hmm Ich versuche es jetzt mal so Jetzt sind die weg Jetzt kann ich den hier freilegen Ja, den kann ich mal da hinschieben Und den hier So kommen wir auf Die Lösung Ne Also wenn ich den jetzt da runterschiebe Und dann da hoch Dann müsste es doch gehen, oder? Ah, dann kriege ich den nicht mehr von der Wand weg Ha Ich schiebe den mal zur Seite So, dass ich den später noch verschieben kann Den hier schiebe ich da hin So Der kommt jetzt da unten hin So Fast geschafft Äh Scheiße Scheiße, ich hätte es fast gehabt Ich müsste den Stein einfach nur noch hier hinschieben Und dann wäre es das gewesen Ja, dann müssen wir uns jetzt durchschlagen, Leute Oh, ich hätte es fast geschafft So, ich werde es nochmal machen, wie eben gerade So Die schiebe ich alle zur Seite So, die sind weg Und dieses Mal darf der Stein die nicht berühren Wie mache ich denn das am besten? Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am besten? Ich muss den irgendwie Da runter kriegen Aber wenn ich den jetzt da noch unten schiebe Dann kann ich ihn nicht mehr bewegen Ich muss diesen Stein da irgendwie hinkriegen Ja, da kann ich ihn nicht mehr nach oben drücken Ja, das ist ziemlich Gerade ziemlich verzweifelnd Hm Wie kriege ich den da oben hin? Wenn ich den hier Jetzt Ich kann ihn nicht nach unten drücken Ich überlege immer dasselbe Also das hier ist die Ausgangsposition Ich könnte den da noch verschieben Wenn ich den hier Jetzt nicht verkacke So müsste es gehen Boah, ich hatte gerade schon Angst Das ist wieder Jetzt müsste es gehen Ja, es hat geklappt Ähm Jetzt muss ich ganz genau überlegen Wie ich die Steine setze Im Grunde genommen Im Grunde genommen Müsste ich jetzt nur noch Die zwei hier stehen haben Und Hier zwei Genau Es sind noch drei übrig Gut, dann schieben wir den jetzt Da hin Und Ähm Den hier Schieben wir da runter So Die dürfen sich noch nicht berühren Ich mache alles Schritt für Schritt So Perfekt Haben wir es bald geschafft Jetzt muss der noch da runter Yeah Wuh Das war Anstrengend Wir können jetzt entweder Da runter gehen Oder durch diese Tür Ich gehe mal runter Oder sollen wir da noch nicht hin Kämpfen wir mal gegen diese Bullen Hm Soll ich irgendeine Spezialattacke einsetzen? Nee Ich greife die einfach mal so an Und teste wie stark die sind Hm 14 Punkte Und 47 Das Ja die gehen eigentlich Nur zwei Schaden bei Maxim Und die machen dann Schaden Schaden bei Tia Okay Ich habe mir die halt ein bisschen stärker vorgestellt Aber es geht eigentlich Maxim ist ja Unser Superheld hier So Stoppete Da unten ist auch nochmal irgendwie so ein Das müssen wir Lass mich raten Man kann die Diese Diese mit dem X nicht verschieben Oder Wie muss ich dann schieben Also wenn ich den hier Nach unten schiebe Und den dann da rein Dann kann ich den doch nach außen schieben Oder So Ja ich bin gar nicht mal so blöd Aber Jetzt frage ich mich Was auf uns Da oben gewartet hätte Ja verpiss dich mal Oh jetzt habe ich ihn auch zu sehen angegriffen Egal Warum Hä warum durfte uns der jetzt zuerst angreifen Hat der irgendwie Tia zuerst angegriffen Oder Tia berührt Egal wir können uns ja nachträglich noch heilen Außerdem ist unsere Zornattacke wieder aufgeladen Das ist doch auch immer was Ich will erstmal gucken was in dem Raum da oben ist Ich habe so das Gefühl Dass da einfach nur eine Truhe drin ist Meine Vorahnung Mantel gefunden Yeah Ja Ja besiegen wir noch schnell die Achso die sind weg Warum sind die jetzt auf einmal weg Hm Okay gegen diese Flenemaus kämpfen wir gleich Ähm Zauber Schade dass wir unsere Zornpunkte Nicht auch im Menü anwenden können Ich gehe mal kurz auf Rüstung Wir haben ja so einen Mantel gefunden Rüstung Mantel Den kann ich gar nicht anziehen Dann gucken wir mal bei ihr Rüstung Mantel Ein dicker Wintermantel ZP Superkraft 50% der maximalen KP werden aufgefüllt Hey Echt gut Moment mal Abwehr geht rauf Ja dann nehmen wir den noch Okay Haben wir den jetzt ausgerüstet Ja Und da haben wir leider noch nichts Ich frage mich was da hinkommt Und wir sollten mal Ein Kräftfässerchen Wie viele haben wir 45 Ich hab's gar nicht mehr so gut in Erinnerung Ja komm her Ähm Ich hab's gar nicht mehr so gut in Erinnerung Ähm Wie viel ich beim letzten Mal eigentlich eingekauft hab Die Aufnahme ist jetzt auch wieder ein paar Tage her Ja Auch durch den neuen Mantel Konnten wir Jetzt nicht mehr abwehren Ich hoffe wir Oh Muss der das unbedingt rufen Ich hoffe dass wir Noch ein paar bessere Items finden werden Aber wir Zieht ja noch mitten in diesem Dungeon Ich lass mich mal Überraschung Hä der hat jetzt auch Verstärkung gerufen Hm Ich hätte mal mit Tia den angreifen sollen Den Maxim gerade angegriffen hat Ah der ist geflüchtet Tia nächstes Level In 42 Punkten steigt sie auf Das ist ziemlich gut Was ist das hier für ein Ding Ein Warp Wo hat es mich hingewarpt Warum hat es mich auf die andere Seite des Raumes gewarpt Okay Swap mich einfach nur auf die andere Seite Hier ist ein Zettelchen In vier verschiedene Räume wirst du gelangen Sind dir die Hallo In vier verschiedene Räume wirst du gelangen Sind dir die Positionen der Schalter wohlgesonnen Hm Die Positionen der Schalter Aha Okay Wir haben Ein kleines Problemchen Ich kann den nur hier hinschieben Ja Das würde diese Nägel runterziehen Ja theoretisch kann ich den aktivieren Ich hab ja so ein Ding hier Mal sehen ob es klappt Warte ich drehe mich mal So Ja das geht sogar Aber hier kann ich nichts verändern Ist natürlich blöd So Was ist jetzt passiert Aha Solche Felder Nach denen muss ich wohl Ausschau halten Ich geh jetzt mal da drauf Ich bin woanders gelandet Und hier ist es auch ein Taurus Aber das ist nur einer Den machen wir gleich fertig Ja Nächstes Level in zwölf Punkten Also gleich ist es soweit Diese Kiste würde ich Unglaublich gerne haben Hey Ähm Müssen wir die schieben Moment mal Hä hier sind wieder solche Ah ich verstehe Gut Dann haben wir das schon mal gemacht Aber diese Kiste würde ich trotzdem gerne haben Können wir die schieben Oh Irgendetwas ist gerade passiert Wenn ich diese Wenn ich diese Kiste hochnehme Sind wir eingesperrt Kann ich mich auf die Kiste draufstellen Ne Hm Ich muss diesen Schalter Irgendwie aktivieren Irgendwie aktivieren Hm Wie komme ich hier weiter Gut wir Probieren mal alle Positionen aus Okay Werden die uns töten Ich bin mal vorsichtig Sackgasse Okay Geschafft Wunderfrucht gefunden In Ordnung Da gibt es nichts Da auf der rechten Seite Kann ich das freisprengen War ich da vorher schon Ganz schön cool gemacht Hm Da sollte ich irgendwie hochgehen Ah ich weiß wie ich da hochkomme Oder Ich komme hier gar nicht raus oder Ne ich komme hier gar nicht raus Ähm Moment Ja die Bombe habe ich immer noch ausgewählt Hups Falscher Knopf Hm Passiert nichts Okay Stimmt Die Bomben sollte ich auch mal auf das einsetzen Aber hier kommen wir nirgendwo raus Ich glaube das war es fürs Erste Hm Ich sollte auch unbedingt Ausschau halten Ups Ausschau halten Nach äh solchen Zerbrechlichen Wänden In Ordnung Wir sind hier Ich weiß nicht was das für ein Raum ist Auf jeden Fall ist der nicht aktiviert Wir können ja nichts machen Vielleicht ist das Besiegen der Gegner erforderlich Weil der rennt so komisch vor uns weg Kann es sein dass der vor uns weg rennt Wir müssen ihn besiegen Ich hätte eine Idee 1 3 4 1 Ne Geht leider nicht Ja der rennt vor uns weg Ähm Warte mal 1 2 Ist der jetzt schon da hinten Mal testen Mal testen Nein Das hier So Nö Wie kriegen wir den? Leute Schon ganz schön coole Rätsel hier Aber sie sind ein bisschen knifflig Ja ich will dich jetzt schon einfangen Habe ich irgendeine Falle? Hm Okay ich lege jetzt nochmal eine Bombe Hm Ne Der rennt immer genau in die andere Richtung Okay wenn ich jetzt Hier Wenn ich hier bin Müsste er doch genau auf der anderen Seite sein oder? Wenn ich jetzt mal hier in die Mitte gehe Ja er ist immer genau auf der anderen Seite Hm Und die Kiste würde ich schon gerne haben Und wenn ich mal hier lang laufe Wo ist er denn? Pferdchen? Hm Wenn ich jetzt mal immer wieder hier lang laufe? Hm Er ist wieder genau in der Mitte Vielleicht hat es was mit diesen Kanten hier zu tun Ja Er kann Ähm An diesen Kanten nicht lang laufen Hm Wie fange ich ihn denn damit ein? Okay Jetzt ist er schon mal einen Schritt weiter Ich laufe jetzt mal so So Ich laufe jetzt mal immer in den Kanten Aber das bringt irgendwie nichts Es ist wieder in seiner Ursprungssituation Äh Stelle Hm Also wenn ich Hier dagegen renne Oder warte Lass mir mal da Gegen renne Dann renne ich Da hin Ich muss ihn noch irgendwie Genau Ich könnte ihn ja irgendwie einfangen Und zwar indem ich jetzt einfach mal Hier lang laufe So Ich renne mal hinter das Portal Und wenn ich jetzt Es geht nicht Da Er ist da eingefangen Ich hab ihn Ich hab ihn praktisch gefangen Jetzt muss ich nur noch hier lang Ha Gekriegt So Ähm Die besiegen so Die sind ganz einfach Sorry Leute Wenn ich ein bisschen lange für die Rätsel brauche Aber die haben es schon manchmal ein bisschen in sich Wenn man nicht weiß wie man Äh Daran herangehen soll Wird es manchmal ein bisschen knifflig Ja Aufgestiegen Alles klar Es hat sich richtig gelohnt Ich wusste es Lichtmesser Ein neues Ein neues Schwert Mann Da bin ich jetzt aber froh Dass ich das Rätsel noch geschafft habe Kurzschwert Lichtmesser Ja Es ist leider nicht so stark Und zwar würde die MGA hochgehen Aber unser Angriff würde um 10 Punkte verringert werden Und das wäre natürlich Nicht so toll Ein funkelndes Messer 1,5 mal stärker als die normale Attacke Wirksam geben Lichtempfindliche Wesen Okay Dann behalten wir die natürlich Wir schmeißen es natürlich nicht einfach weg Wir können jetzt hier wieder abhauen Sehr geil Wir testen noch mehr aus Hä Was sind denn die für Typen Haben wir Sind wir gut dabei Ja Das sind genügend Punkte Kommt mal her Ich weiß nicht wie stark die sind Ich greife mal Kobolde sind das Die sehen so niedlich aus Die sehen aus wie Hündchen Kobold flüchtet Okay Die scheinen Schon ein bisschen stärker zu sein Auch wenn er gerade geflüchtet ist Ich versuche mal gleich Die Zornattacke von Tia einzusetzen Ja Das ist ziemlich schlecht Wir brauchen unbedingt diese Attacke Ähm Maxim Kreuzschwert Eins Bombe Ne Hier sind wir nicht stark genug So Hier Die Zornattacke bitte Superkraft Auf dich selber bitte 23 Punkte Okay Der Die Rüstung davor hat uns 55 gegeben Aber Ähm Es geht ja so Das ist die Hälfte regeneriert Das heißt Wenn wir zum Beispiel Richtig viel KP hätten Dann würde das viel mehr regenerieren Als 55 auch Dann würde das viel mehr regenerieren